Kaslav ist eine Stadt im Okraskut Nahura in der Region Mittelböhmen in Tschechien. Geschichte Die Stadt wurde um 1260 zur Königsstadt erhoben und war im 15. Jahrhundert ein Hauptsitz der Hussiten. Hier wurde 1421 in der Peter- und Paulskirche der regierende Kaiser Sigismund als böhmischer König abgesetzt und zur unerwünschten Person erklärt. In derselben Kirche soll, wie die Tradition berichtet, 1424 Janziker seine letzte Ruhestätte gefunden haben. Ein Teil eines Schädels, der ihm zugeschrieben wird, ist im Rathaus ausgestellt. In Kaslav wirkte während der Rekatholisierung in Böhmen unter anderem Matthäus Ulicki als Diakon, der später als evangelischer Märtyrer hingerichtet wurde. Am 17. Mai 1742 fand im Ersten Schlesischen Krieg bei Chaslau die Schlacht bei Chautositz zwischen Preußen und Österreich statt. Ab 1850 war die Stadt Sitz eines Bezirksgerichts. Sehenswürdigkeiten, Synagoge, Städte, Partnerschaften, Opfikon, Schweiz, Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Stadt Melanka, aber noch Politiker. Franz Tiszek, Josef Dosik, Komponist, Jan Ladislav Dosik, Komponist. Milos Formen, Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor. Ludmila Formanova, Leichtathletin. Karel Jarolim, Fußballspieler und Trainer. David Jarolim, Fußballspieler. Karl Korinik, Gewerkschaftsführer in Österreich-Ungarn. Philipp Maximilian Opitz-Botanika. Josef Svoboda, Bühnenbildner. Elz Wesseli, Maler und Bildhauer. Jan Flaschak, Schauspieler.